Moin Moin und Willkommen zu Let's Play World of Warcraft. Heute mit bla, kennen wir schon alles. So, ja. Ja, ehrlich, Intros sind so unnötig, weißt du. Das ist immer das Silber und, ja, braucht auch kein Schwein, so. Äh, ich hab wie gesagt, ich nehm alles auf, was ich in WoW mache. Deswegen nehm ich auch, ich hab ne Rune. Ach, die ist bereits bekannt, ja gut. Äh, was hab ich hier noch? Stoff benötigt Stufe 20. Oh, das hab ich wohl vergessen anzulegen, das kann ich dann jetzt auch verticken. Super. Äh, ja, ich räum grad mal mein Inventar hier live auf, weil ich hab halt gesagt, ich nehm alles Uffa. Das muss ich dann auch so einhalte. Ja, ist ja spannend. Was hab ich denn hier alles? Golddorn, hab ich Alchemie geskillt? Ne, hab ich nicht geskillt. Mannertrank, hab ich Manner geskillt? Ne, hab ich nicht geskillt. Bananen, hab ich Banane? Ne, will ich nicht, brauche ich nicht. Komm, mach weg die Scheiße. So, was haben wir hier noch? Äh, ja, ist genug Platz, reicht. So, ganz ehrlich, ich bin, ich hasse das. Also, hier die, da, da guckt doch, da, wer, 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 äh, Deutsch, Scheiße. Wer blickt denn da durch? So, ähm, was wir heute machen werden, ist ganz simpel. Nämlich ne Instanze, weil, sonst komm ich mit den ganzen Instanzen nicht nach. Also, wir haben jetzt, die zwei haben wir abgehakt, zusammen mit den Quindoras zusammen. Ähm, und die drei muss ich jetzt noch machen, bevor ich weiter auflevel, weil die sind orange. Orange ist eine scheiß Farbe, ich hasse orange. Außer, wenn eine Frau orange trägt, die ich mag, dann hasse ich orange nicht, aber jetzt hasse ich orange. Also, ich hasse orange. Ja, herrlich. So, ähm, also die drei Instanzen müssen wir noch machen. Erstmal, und danach die hier. Und wir machen jetzt eine von denen hier. Mal schauen, welche. Ich weiß es noch nicht, ich kenne sie alle, sind ganz nett. Und ich melde mich mal an, und bei meiner Erfahrung wird das wieder drei bis vier. Das Schöne ist, wenn ich so lange nicht aufnehme, weiß es, ich habe jetzt 50 Jahre nicht aufgenommen. Nein, Quatsch, zwei Wochen, der eine, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Das Schöne ist, dass ich dann immer so viele Themen habe, über die ich reden kann. Also, ich habe hier einen Zettel, und da steht alles drauf. Nein, leider nicht. Das ist ja die Scheiße. Ich muss das immer spontan aus dem Kopf herauskramen, und das ist echt sauschwierig, wenn man in der Woche fünf Liter Alkohol weg... Egal, das tut jetzt gar nichts zur Sache. Ich habe sehr viel, worüber ich reden kann, während ich in dieser Instanz bin. Ein paar Vollnoobs rumgammel. Aber das wird herrlich, ich freue mich. Na ja, ich habe Post. Gut, ich warte hier erstmal, bis die Instanz aufgeht, und dann hören wir uns wieder wahr. So, es geht auch schon los. Man hat hier nicht mal Zeit, sich was einzuschütten. Das ist nicht sehr sympathisch, aber auch durchaus nett vom Spiel. Ah, ein DD, der nicht annehmen will. Gut, gut, kann ich verstehen. Mit mir in einer Gruppe will ich auch nicht sein. Aber genau, gut. Joa, lass dir Zeit. Dann buffe ich mich... Ja, dann, wenn ich mich buffen will, wiese, dann drückt auf den Knopf, aber vorher nicht! Ja, ich bleib ruhig, ich bleib ruhig. Also, wir haben Sklavenunterkünfte. Das ist eine sehr schöne Instanz. Lang, drei Bosse. Oder vier? Drei? Ich glaub, drei. Oder vier? Vielleicht auch fünf. Nein, drei. Hi. Fisch. Nein. Tach. So, machen wir erstmal hier ein bisschen Action. Wer hat denn da gepult? Ich weiß nicht. Egal. Ach, ein DK-Tank. Sehr cool. Ich mag ja DK-Tanks. Die halten viel Agro, wie wir schon in den letzten Instanzen gesehen haben. Das ist immer sehr schön. Ich muss sagen, ich bin momentan nicht mit diesem Char eingespielt. Allerdings spiele ich momentan einen Magier auf einem englischen Realm hoch. Ich glaub, irgendwas... Tar... Tarinsmühle quasi, nur auf Englisch. Da spiele ich momentan grad meinen Magier drauf. Der ist 49 inzwischen. Das liegt einfach daran, dass ich grad Bock hab auf Lower Level, weil das High Level, das geht einfach zu schnell hier. Ich mach, weiß nicht, ich mach 10 Quests und bin Level 70. Was soll denn das? Das ist doch scheiße. So, hab ich hier Musik überhaupt an? In-Game Sound, Interface, Sound, Sound... Ne, da ist nicht Sound. Optionen, ja, da kann man auch mal gucken. Äh, Sound. Ja, Soundeffekte, auch nützlich. So, machen wir mal hier. Ne, den nicht. Den ist mir ja ein. So. So, die Instanz ist wirklich sehr schön. Ah, mein... Das ist mies. Da, äh... Man sieht mein, ähm... Wie heißt das? Add-on... Nicht Power-Aura, sondern, äh... Das für die Bars. Komm schon, sag mal, sag mal hier, was ist denn? Ach ja, ihr könnt ja gar nichts sagen. Ähm... Brain Lag. Kennt man vielleicht von der... Ja, weißt du, jetzt erinnere ich mich dran, was ich, worüber ich reden wollte. Ich hab dieses Wochenende, das war so geil, das ganze Wochenende lang, hab ich League of Legends, äh... Die Dreamhack, äh, geguckt. Das erste Tournament, ach, so geil, oh. Gibt's nix besseres, das war herrlich. Ach, Fnatic hat gewonnen. Spoiler für alle, die es jetzt erst gucken. Äh, ja, das war einfach herrlich, also... Wenn man so Profis beim... Beim Zocken zusieht, ist das wirklich toll, also... Sehr gut. Es hat echt Spaß gemacht, also... Den ganzen Tag irgendwelche Teams, nur... Nur das deutsche Team, muss ich echt sagen, hat mich tierisch enttäuscht, also die... Wie kann man denn so schlecht sein? Ich meine, da hätte ich besser gespielt, ja? Mit einem abgesprochenen Team kann man nicht so schlecht spielen, das ist ehrlich... Ach... Nee. Es war schlimm, was die Deutschen da geleistet haben, also... Da hat mich wirklich, äh, traurig gemacht. Wie heißt denn dieses... Ich glaub... Genau. Jetzt weiß ich wieder, über welches Erdogan ich reden wollte. Tie the Blades. Scheiße, äh... Scheiß mal an hier die Scheiße, wollte ich grad sagen. Nein, schmeiß mal an hier die Scheiße. Äh... Primary Scene. Nehmen wir natürlich Neon DPS. Neon Damage. Neon... Oh Gott, das ist viel zu viel Setup jetzt, äh... Ja gut. Lassen wir erst mal so, das sieht dann schon mal besser aus. Oder auch nicht. Gut, ich muss das Offscreen einstellen, das ist echt herrlich. Ja, mich schreiben auch dauernd Leute an wegen den Addons, die funktionieren nicht und bla. Ja, das ist natürlich klar, man muss die updaten. Ich hab hier auch grad das Problem, das ist nicht schön, aber es ist lösbar, wenn man Google kennt oder gegebenenfalls einen Hauptschulabschluss hat, dann können wir es auch lösen. Ne, manchmal, also... Manchmal denk ich mir echt, wenn ich die, äh, PNs lese... Haa... Ja, gut. Also, ich bin ja eigentlich sozial eingestellt, aber... Das geht zu weit. Also, ganz ehrlich, wenn man nicht mal Google benutzen kann, ja... Ich mein, man kann mich fast alles fragen, aber wenn man... Dann, das... Nee. Ah. Wie heißt Addon XY und wie rufe ich das auf und wie rufe ich die Optionen auf und wo downloade ich mir das? Hallo! Wenn ich weiß, wie das Addon heißt, geb ich das bei Google ein, find ne Seite, lad's mir runter. Da ist ein 50 Meter langes Tutorial. Da braucht... Da... Da muss man mich nicht fragen. Aber egal. Ihr könnt mich weiterhin fragen. Ja. Ich hab ja sonst nichts zu tun. Was habt ihr denn jetzt für Aggressionen hier? Ja, lauft mal weg. Wollte schon sagen, hier. Hören die gar nicht mehr aufzuballern. Wo kommen wir denn da hin? Ah. Böse Gedanken. Ich dachte grad. Ist ja wie in Libyen. Hört man gar nicht mehr aufzuballern. Nein, das heißt ja Libyen. Das wissen die ganzen Nachrichtensprecher nicht. Das heißt nicht Libyen, sondern Libyen. Falls ihr mal irgendwo klug scheißen wollt, wisst ihr Bescheid. Libyen. Kann ich noch nicht mehr. So, versuchen wir das nochmal. Im Quick-Durchlauf. Neon Damage. Reset Configuration. Damage. Default. Oh Gott, was ist das denn? Warte, was sind das denn für Einstellungen hier? Ah, hier kommt der erste Boss. Da kann ich jetzt nicht rumsetten hier. Was ist denn das hier für eine Anzeige? Oh, oh. Fuck. Du. Geht sterben. Das ist wie in Ruhe. Das ist hier kaputt. Wo kommt der denn her? Holy. Das war Panic. Aber ich hab's überlebt. Wo ist denn meine Hervorrufung? Zero F. Ja. Auf dem anderen Mage hab ich's auf SE. Ich sollte meine Mage-Setups besser anpassen. Ja, ist das Problem. Wenn man nicht alles Geld hat, dann ist einem das irgendwie scheißegal. Dann packt man das grad dahin, wo es grad passt. Aber man sollte sich das, wenn man zwei oder drei Mages hat, für jeden aufbewahren. Oder für jeden gleich machen, sag ich mal. Hat in diesem Fall nicht geklappt. Aber egal. Ja, will ihn nicht haben. Pull mal den Dicken da. Den, den... Mumu... Ne... Me... Wat? Menu. Menu. Menu win fröhlich. Ja, dem hauen meins aufs Baul. Ach Gott. Schlimm. Wenn man so Spacken kennt. Naja. So, jetzt hauen wir hier unsere Buffs rein. Eisige Finger ab. Und dann war's da doch gleich, Menu. Dafür jetzt einen eisigen Fingerstuck zu verprassen, war natürlich schade, aber... Macht ja nix. Also für das Totem. Das war grad unnötig. Aber... Oh, schon wieder? Was soll... Genau dann, weißt du, wenn ich da Totem down machen will, progt eisige Finger. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Stoff! Ach schade, ist kein Kokain. Dann brauch ich's nicht. Oh doch, ist ganz nett. Kein Kokain, aber nett. Nehmen wir mit. Wat? 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 Super witzig. Tch. 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 Aber... ja, gut. Also als Mage-Room zu rennen ist wirklich auf dem Level nur Pew-Pew.